ja ich glaube das hätte auch mit der kleinen wo man hätte es auch gereicht denke ich mal gehe ich ganz stark von aus da bin ich mir ziemlich sicher dass es mit der kleinen wo man auch funktioniert hätte aber da braucht man vielleicht einen schuss mehr oder so ich weiß es nicht aber die drückt natürlich noch mal richtig rein das ist gar keine frage jetzt mein safter genau hast du hier war gar nicht mehr drin sehr gut dein arsch gehört mir ich werde es genießen ich werde es genießen ich muss jetzt mal einen screenshot machen also ich warte mal muss ich die waffe nehmen die waffe oder den lütten dass man die waffe und dann den lütten weil wir kriegen jetzt eine neue waffe auch nicht gut ja so stelle ich mir eine waffe vor das ist das will ich sehen als aber auch dass die gegner größer werden so jetzt brauche ich noch den kleinen ich werde es genießen ich werde es genießen wird es ganz langsam machen extra für dich okay jetzt bin ich wahrscheinlich nicht mehr heißt er wird wahrscheinlich auch nicht finden für den ganzen reichen der ganzen kann ist da schön langsam das ist mir nur die hälfte dran war ja wieder klar und ab in den schlucker siehst du hast du davon so jetzt kommen wie kommen wir anders wahrscheinlich das dritte viel deswegen haben wir wahrscheinlich die neue waffe gekriegt ich habe schon befürchtungen ich kann die waffe nicht mehr wechseln jetzt können wir nur noch die dicke pustet machen wir können jetzt kein inventar mehr wechseln wie komme ich jetzt hier rauf also da kann man ein bisschen radau machen du bist die waffe ja ja ich bin die waffe aber jetzt ist die frage wie kommen wir mal da kommt der wird uns gleich noch mal richtig auf die nüsse gehen bin ich mir sicher aber wie machen wir das tour die machen wir das tour da muss man ran das letzte das da irgendwie muss man etwas weg ballern oder so sehe ich nicht und hier kommen wir ja auch nicht raus also das heißt muss es irgendwie eine lösung geben muss es eine lösung im raum geben wir das ding öffnen oder hätten wir das fisch hier rauf locken sollen kommen wir jetzt hier weiter guck mal hier das ist die ganze munition von ihm ah ok 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 das bedeutet aber auch bei der ganzen munition die hier drin ist gibt das gleich richtig richtig halligalli hier scheiße krieg ich denn wie komme ich denn jetzt hier weiter ist jetzt mit dir verwachsen das hört man davon wenn man seinen bandwurm amok laufen lässt genau da ist die waffe kinder menü wie komme ich denn da jetzt weiter komme ich jetzt hier weiter aber nichts zu sehen ok 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 habe ich ja zerstanden kann ich jetzt nicht nachladen ja unendlich munition das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist nicht nicht gut das ist gar nicht gar nicht gut das ist das ist so ziemlich als entweder das gleich das richtige abgeschnetzelt hier aber das geht gleich richtig richtig los der richtige tanz ich glaube der ist gleich richtig mies drauf das geht glaube ich richtig gleich los der tanz weiß noch nicht wie viel schuss schuss wir haben wann das im diese 36 schuss oder so jetzt habe ich doch schon mal aufgeballert wird jetzt wieder eine andere an der rotation haben denke ich mal ich mache das bewährte mal gucken vielleicht bringt auch hier Er macht hinten auf. Ist. Okay. Lass mich weg. Er macht also hinten auf. Ich muss also hinter ihn kommen und ihn von hinten Granaten reindrücken. Das wird auch nicht so einfach werden. Ach, Mist. Eins, zwei, drei. Huch. Na, hat's dir den Rücken zerlegt? Hast du den Rücken, Minion? Sag jetzt nicht, das war nur ein Schuss. Das war tatsächlich nur ein Schuss. Ich dreh durch. Na? Na, du kleiner Scheiße. Tut mir leid. Ich hab natürlich äußersten Respekt hier vor einer fremden Lebensform mutmaßlich. Ich würde mich da nie in irgendeiner Art und Weise Was ist das? Unfreundlich Verhalten. Ach, egal. Ich glaub mir ja eh nicht. Was sind diese... Was sind diese Nupsis hier? Oder was die Granaten hier verschossen hat? Keine Ahnung. Und das war jetzt ja... Ich dachte, da kommt jetzt sonst was. Bei der unendlichen Munition? Hätte ich gedacht, da passiert jetzt hier weißer Geier. Richtig schön Armageddon. Aber das war ja... Einmal ausprobieren und einmal dann treffen. Also... Es sei denn, da kommt gleich noch irgendwie der letzte Gau. Aber ich... Das ist ein bisschen ekelhaft. So, darf ich jetzt die anderen Waffen wieder nutzen? Oder? Wir wachsen immer weiter zu. Also... Das dürfen wir gar nicht mehr ballern, oder? Auch ballern dürfen wir noch. Oder Waffen wechseln dürfen wir weiter nicht. Gut, alles klar. Gut, weiter. Ja? Äh, hab ich die nicht mitgenommen? Äh, ich hab die doch mitgenommen. Oder... Nee? Warte. Ähm... Ich meine, wir sind zugewuchert, das ist kein... Das ist klar, aber... Wieso können wir denn jetzt nicht... Äh, ja, das ist jetzt wieder... Muss neu starten, ja, ganz von vorne, ne? Du hast nur eine Stunde Zeit erspielt, um die Schuld zu spielen. Wenn du es in einer Stunde nicht schaffst, dann musst du nur von vorne anfangen. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich das Spiel deinstallieren würde. Was ist das? Ja, das ist die Frage. Wie können wir uns denn jetzt hier befreien von dem Schmodder? Weil dann kann ich auch nicht, oder? Hä? Es gibt ja noch die Hülle... Ach ja, richtig, stimmt, hast recht. Die Hülle in einem anderen Raum, vielleicht. Ja, hast recht. Äh, dann müssen wir da nach unten. Hast recht. Ob wir jetzt vielleicht komplett mutiert sein müssen, um... Ne, da springt, gehe ich nicht runter. Ob wir jetzt komplett mutiert sein müssen, das kann natürlich sein... Ne, da will ich auch nicht hin. Äh, wo war denn das? Da... Ja, ging es da runter. Hast du, es ging, glaube ich, geradeaus, ne? Ganz nach unten und dann geradeaus. Nicht hier, da waren die Muttis. Und hier, genau. Ach so, und genau. Und jetzt vielleicht ist dafür das Ding da. Ja. Weißt du, jetzt ist mir das Ding kaputt gegangen. Alles klar. Ne, wird nix. Weicht nicht. Scheiße. Ähm... Bringt nix. Vielleicht ist doch tatsächlich eine Maschine. Hier kriegen wir nur die Munition. Okay. Ach, jetzt kannst du das Glas ein... Ne, kann ich nicht, was? Da hast du ja gesehen. Ist der da? Ist der... Ähm... Ähm... Er wächst ja gleich wieder zu. Das wollte ich sagen. Wächst ja gleich wieder zu. Hat also keinen Wert. Das bringt nix. Guck mal, ich kann mir jetzt auch nicht mal Munition rausnehmen. Was ist hier, wenn ich da reingehe? Nix. Kann ich auch nicht weiter? Ach, jetzt ist die Hand frei, oder was? Verarsch mich doch. Hm, geht nicht. Das geht nicht. Das... Also die Dinger sind anscheinend dafür da, dass man wirklich ganz kurzfristig... Ganz kurzfristig irgendwelche Aktionen durchführen kann. Wirklich ganz, ganz kurzfristig. So, jetzt. Jetzt kann man das nämlich machen. Aber das reicht nicht für den langen Weg. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Da habe ich gesessen. Hm. Hm? So, warte. Ja, dann müssen wir uns jedes Mal... Müssen wir uns hier selber stechen, sonst wird das nix. Weiß auch nicht, ob wir jedes Mal reell Schaden nehmen. Ich glaube, das geht automatisch. Ich habe mich beim letzten Mal ja schon geheilt. Ich glaube, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht von der Zeit. Das kriegen wir in der Zeit, kriege ich nicht, äh, den Kanister. Obwohl, den Kanister haben wir ja dabei. Vielleicht ist es doch... Reicht vom Weg her nicht. Da müssten wir... Doch, das könnte vielleicht reichen. Vielleicht könnte es reichen. Aber ich glaube es nicht. Da kamen wir da lang. Kommen wir da alle... Höher... Naja, es geht nicht. Ist ja wieder noch so ein... Piercer-Ding. Nee, ich glaube dafür müssen wir es ganz los haben. Oh, guck mal hier. Aha, okay. Ja. Ja, ist okay. Kann man machen. So, was machen wir jetzt hier? Okay, das ist auch nicht. Also, da müsste ich mir auch irgendwas suchen. Wie kriege ich denn... Ah, hier, guck. Na. Äh. Hier noch kein Piercer-Ding. Hm. Da kommen wir jetzt erstmal so nicht weiter. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Da kommen wir gerade nicht weiter. Da haben wir so ein Piercer-Ding. Schaffen wir das darüber? Glaube ich nicht. Achtung! Ja, vielleicht schaffen wir das hinten mit dem Kanister doch. Das könnte vielleicht, vielleicht könnte es gerade so passen. Ich glaube, es war nicht, sah nicht danach aus, aber wer weiß. Warte mal. Den Kanister haben wir ja. Aber das schaffen wir niemals. Guck dir das mal an. Ich muss ja... Na, obwohl? Eventuell, das könnte... Knapp, aber ich... Eigentlich ist der Weg zu weit. Aber wir probieren es einfach mal. Wenn ich jetzt den Weg nicht schöpfe, dann soll es auch nicht so sein. So, einmal zurück. Ja, siehste. Nee. Der Weg war wesentlich kürzer. Der Weg war wesentlich kürzer. Also wir sollen hier noch gar nicht lang. Wir sollen erstmal da hinten hin. Das funktioniert so nicht. Wir müssen erstmal hier hinten hin. Dies geht nicht. Dies geht nicht. Wir müssen uns wahrscheinlich da erstmal... ...den Schmorder erstmal entfernen lassen. Deswegen ist da wahrscheinlich da auch der... ...Stuhl da für uns. Und wenn wir dann geheilt sind, dann geht es wahrscheinlich weiter. Ah, es wird sich nämlich eine Menge Spaß machen. Ja, geht das natürlich nicht. Ja, ha, 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 ha. Aber wie? Wie kann ich denn... Oder wir müssen uns nochmal piercen. Müssen uns nochmal piercen. Geht das vielleicht? Nochmal zurück. Nochmal piercen. Aber wir müssen uns nochmal piercen lassen. Ah. Nochmal straight durchlaufen. Vielleicht geht's. Weil hier vorne macht er ja sofort zu. Direkt an der Ecke. Oh, alter. Das nenne ich mal richtig mal einen Darm. Alter. Fucking schweig. Jetzt können wir uns glaube ich reparieren lassen. Und dann müsste es weitergehen, Freunde. Ach du, äh, was? Ähm. Okay. Ach, das ist ein I. Ich denke mal, dass wir ihn wegballern müssen hier, oder? Ihn hier. Was machen wir? Ich kann gerade nichts machen. Was? Was? Hallo? Ach so, alles klar. Alles klar, einfach nur, einfach nur aus dem Gerät rausgehen. Alles klar. Ich glaube, das war eins von den Viechern, was wir ganz am Anfang mal gesehen haben. Da liefen Leute, liefen auch so eine Viecher rum. Ich denke mal, das wird es sein. Ich habe auch keine Waffe gerade mehr. Amtlicher Mitesser. Warum ist da hinten wieder zu? Er hat das befohlen. Sau preisen. Alter. Und ich will hoffen, ich weiß nicht überhaupt, wie lange wir jetzt noch haben, aber ich will hoffen, dass es mal eine Art Aufklärung gibt, was wir überhaupt tun. Warum? Warum? Einfach nur ein dickes Warum. Wieso? Ich meine, klar, es geht entscheidend um Aliens, dann geht es hier halt einfach um Geburt. Auch klar. Mach die Dinger nicht vor uns zu. Ich habe auch keine Waffe mehr, ne? Ich weiß nicht, das ist ja.